So da, was geht Leute? Weiter geht's nächste Runde gleich. Weißt du, wir haben hier gerade einen Lauf. Man dachte, vielleicht machen wir ein paar mehr Runden. Mal schauen, wir rennen mit der Stakeout. Ich könnte eigentlich mal in der Olympia-Klasse machen und das Ganze hier ein bisschen anspruchsvoller machen. Es ist zu einfach. Oh Gott, das sind zu viele. Das sind zu viele. Die sind alle da oben drin, gell? Da kann man raufglaufen, ich weiß. Okay, scheiß drauf. Geh vor. Such sie. Such sie. Okay. Pff. Pff. Was haben wir denn gehabt für eine Waffe? Ah, die Farmers. Na, sehr schön. Ihr seid so gut. Und trotzdem, auch für die Farmers braucht man ja eben mein Ghostfreund. Oh Gott. Oh, ich hab keine. Nein. Overgas. Through the door. Tschüss. Drohne. Oh Gott. Was machen die hier? Was zum Teufel machen die hier? Ich nehme hier nicht die besten Runden raus, ich nehme hier jede Runde her und die Gegner sind furchtbar die ganze Zeit. Nein, okay, dann werde ich jetzt sterben. Äh, oder da nicht, okay. Und ich renne hier nicht mit den besten Waffen im Spiel rum, das muss man auch dazu sagen. Das D-Gout mag kein Mensch nochmal. Guck, 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 guck. Geh weg! Mein Gott. Geh doch weg. Geh doch weg. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Und dann werde ich messen. Hey, Napalm. Hierhin. Hierhin, genau hierhin bin ich mein Napalm. Es, you got Napalm, bitch. Okay, gehen wir hier rauf. Ich bin zu langsam, Alter. Normalerweise habe ich immer Leichtgewicht drin, aber in dem Spiel, äh, weiß ich nicht, ohne Kugelsiegerwäste ist es komplett abnormal. Und wird einfach... Nein, scheiße. Das war mein Aiming. Mischung aus mein Aiming und Stakeout. Da. Frizz. Nächste Runde Olympia. Wie sieht's aus, ha? Wollen wir's mal ein bisschen schwerer hier. Es ist zu einfach. Oh Gott. Äh. Hier hinten. Hinten. Wir wohnen jetzt ein bisschen, dass sind wir so, weiß ich nicht, nicht so richtig gute Spiele hier dran, sondern so ein Zeug. Weil die Spieler, die Gegner, die ich hier meistens habe, sind ziemlich furchtbar. Ich kann ja nie ins Bauen. Gibt mir Deckung. Oh shit. Tonwerfer ein Vorteil. So ein bisschen. Ich hör gar nichts vom Spiel. Normal sollte ich aber was vom Spiel hören. Good night. Oh Gott, lag. Ist das schlau hier zu laufen? Wahrscheinlich nicht. Scheiß auf schlau. Wir haben das Stakeout. Oh Gott, wie zum Teufel hat das den umgebracht? Wie zum... Oh mein Gott, das hat wie einen Blackbird. Das ist nice. Wieso habe ich eigentlich keinen Blackbird eingestellt? Bin so ein Idiot. Wo kommt er denn hin, hä? Äh. Fuck it. Äh. Hier. Genau hier. Tschüss Ghost. Ghost hilft nicht vor... Ich weiß nicht, warum ich gerade die Drohne eingesetzt habe. Ghost hilft nicht vor Blackbird. Ghost hilft nicht vor Blackbird. Du Mongo. Willst du gerade... Was schießt denn du da gerade runter? Meine Drohne... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das habe ich verdient. Was war denn das? Was war denn das? Was war das? Oh mein Gott. Stake out. Oh mein Gott. Ich meine... Auch wenn das Aiming jetzt scheiße war, aber das war das... Alter... Das war das Furchtbaiste überhaupt. Okay, dann besser du mich einfach. Ich wäre ja nicht so, als hätte ich geschossen. Oh mein Gott. Diese, du und die Störger, das ist einfach furchtbar. 14.5. Naja, trotzdem. Ich glaube aber, wir werden... Naja, machen wir noch eine Runde mit Olympia. Mal schauen, ob ich alle hochläde. Ob ich da wirklich Bock habe, dass jede Runde von dem Spaß hier hochläde. Mal schauen, nächste Runde Olympia. Mal schauen, nächste Runde. Untertitelung des ZDF, 2020